Hallo. Hallo. Ich habe absolut mit einem Mann gerechnet. Ich auch. Ganz ehrlich. Ich bin Caroline. Ich bin Nadja. Hallo. Hallo. Schön, jetzt eine Frau zu sehen. Ja, nein. Ich bin total überrascht, aber es freut mich. Hast du gemodelt? Ja. Aber es ist schon lange her, muss ich sagen. Okay. Und du? Ich mache eine Sexverratung beim Blick. Wirklich? Ja. Okay.